Die waren besser. Die waren besser. Schön. Schön. Na ja, komm. Glückwunsch, der ein oder andere ein paar mehr Minuten, der ein oder andere ein paar weniger, aber ich denke, die Bühne konnten wir heute trotzdem mal genießen. Dieses Fußballspielen mit Leuten, die auch ein bisschen mit der Pille können, denke ich, hat uns allen Spaß gemacht, hat uns Spaß gebracht. Ich glaube, dass das Ergebnis jetzt nicht unbedingt den Spielverlauf widerspiegelt und ich glaube, dass es fast ein bisschen zu hoch ist, dass es da vielleicht jetzt ein bisschen an Ernsthaftigkeit scheitert und uns das keiner mehr abnimmt, dass wir das auch letztendlich echt verdient hier gemacht haben. Und Respekt vor der Leistung, hat Spaß gemacht, durch Fußballspielen zu sehen und wir haben auch Spaß auf mehr. Ein bisschen haben wir in der Saison trotzdem noch zu rocken. Wir müssen uns trotzdem für Samstag für starten, weiterhin oder wieder vorbereiten. Von daher, morgen ist es trainigfrei nicht. Geht nicht. Wir müssen uns ein bisschen bewegen, damit wir am Samstag hier nicht komplett zu und unbeweglich auf dem Platz stehen, weil da gibt es so ein paar Gründe, die man hier jetzt in dem Kreis nicht öffentlich nennen muss, warum wir das machen wollen. Und 19 Uhr morgen kurz, knapp, ein bisschen auslaufen, ein bisschen Eckspielen, ein bisschen durchdehnen und dann gucken wir mal, worauf wir noch Bock haben und dann gehen wir aber frühzeitig wieder nach Hause, um dann Samstag wieder vor allem vorbereitet, um die Starken zu treffen und da unseren nächsten Dreier zurück. Okay? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.